Gleich nach dem kulinarischen Asterix-Rätsel geht es in unserem Newsletter 176 weiter mit einer tierisch-professionellen Eichenküche mit Edelstahlarbeitsplatte, Einbauthermalisierer und Schockfröster, sympathisch vorgestellt von Godot und seinem Herrchen. Eine kleine Liefertour nach Paris mit Anhänger beschert uns Fotos eines Eichenbettes, bei dem das gesamte Pronatura-Bettsystem in eine Hülle gepackt wurde und so bündig auf dem Bettrahmen, also ganz ohne Holzüberstand, aufgelegt werden kann. Speziell für Designfreaks, die trotzdem ergonomisch auf reiner Natur schlafen wollen. Wir erklären, warum wir lieber wertvolle Gutscheine als fertige Möbel als Geschenk herstellen. Die Geschmackstreffer-Wahrscheinlichkeit der Partner ist einfach zu gering und das gemeinsame Entwickeln von Möbeln oder auch das Konfigurieren von Relax-Sesseln nach dem Geburtstag ist viel schöner. Diesen Brainbuilder hier, ganz in Schwarz, kann man zum Beispiel mit superkürzen Lieferzeiten bestellen. Solche Sessel nebst Sofas stehen oft auch in komplett von uns eingerichteten Häusern. Über dieses hier in Kasbach haben wir zwei neue Videos, eines vom Wohn-, Ess- und Arbeitszimmer und eines vom Schlafzimmer geschnitten. Die großen Umbauaktionen mit vielen Handwerkern umgehen unsere Kunden raffiniert mit einem Urlaub. Wir erledigen derweil den Rest. Auch die regionale Waldschöpfungskette haben wir für dieses Jahr erfolgreich abgeschlossen. Diesmal entdeckten wir bei einem Rinden der 110 Kubikmeter Buchen-, Eichen-, Eschen- und Kirschbäumen sogar den Waldgeist. Das Sägen und Stapeln gelang in diesem Jahr in Rekordzeiten. Mangels Kochworkshops beantworten wir auch via Internetfragen nach den wichtigsten Kochtechniken. Gebeten würden wir ganz aktuell um eine Nachschau-Möglichkeit für den Zwiebelschneidkurs und das Felitieren von Saiblingen. Außerdem empfehlen wir unsere Rezept-Datenbank, deren Suchfunktion raffinierte Rezepte unserer Spitzenköche liefert. Aktuell ist der fränkische Sommer bei uns am 11. September schon ausverkauft. Je 19 Karten pro Konzert mit dem Ensemble Kontraste. Aber wir haben Hoffnung auf noch viel mehr freigegebene Karten. Leider können wir nicht reservieren. Bitte schauen Sie immer selbst hier nach. Und so sieht unser Liefergespann jetzt aus. Zwischen Heißbruck und der Ostsee werden wir auch in diesem Jahr wieder viele Küchen ausliefern. Gerne kommen wir auch zu Ihnen. Bis bald!